ja freunde herzlich willkommen zu zockermäuler mit nio gute neuigkeiten chris hat sich die harte schneiden lassen dementsprechend wir müssen eigentlich neue dings neues intro machen ja weil du mit deinem alt komm ich habe auch habe ab ja aber bei mir macht es ja wirklich einen unterschied bei mir macht es auch unterschied ich habe keine palme auf dem kopf und niemand sieht es außerdem müssen wir den schein waren weil wenn ich alte sachen die bars irgendwann mal release dann müssen wir noch aussehen wie in dem intro ja hey da sind wir wieder ihr erinnert euch an den letzten boss mit den adlerflügeln oder was auch immer das für ein vogel ist let's go let's do it ja du kannst du es tun oh mein Gott Jude ich bin gut ich bin gut oh ja wuhu also weiter geht es äh hat er sich gerade verwandelt in dem vogel hat sich kurz flügeln mag zu lassen ja also freunde wie geht es euch ich hoffe euch geht es gut äh ich würde jetzt eiskalt mal tippen äh chris schafft es hier äh first try denke ich bin gar nicht warm alter guck es dir an ja ist schon fast ja gut es hat sich erledigt ne äh hab ich ha 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 nochmal so er wirft noch so eine bombe in meinen arsch hinterher so ha 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 sei die die mittelalterliche form von teabagen ja einfach eine bombe hinterher schmeißen er schafft das first try aber erst mal geteabagt vom boss das war so richtig so oh what alter freunde du sagst, dieser Mann kann mich lieben? ja wie gesagt neue Session es gibt direkt Neuigkeiten wie ich schon gesagt habe im intro oh nein oh nein jetzt der Kollege neben mir hat sich die Haare schneiden lassen ey ich bin fucked würd ich mal sagen ja wie komm ich hier raus mehr also drei Viertel ist auf jeden Fall ab ich muss hier raus drei Viertel sind ab wie hat es sich angefühlt Chris ich meine ich kenn es ja immer so wenn Leute lange Haare haben die haben dann immer Probleme sich die Haare schneiden zu lassen völlig unabhängig vom Geschlecht und hast du den Haaren hinterher geweint? nö weil ja Tash unser Boy hat das ja gemacht und ich war zufrieden mit dem Ergebnis was er mir gesnackt hat ich mag es dass er hier vorne die Haare länger gelassen wird er meinte auch so damit noch ein bisschen my identity bleibt weil ich ja auch bester Mann bester Mann ich meine halt der macht seinen Job nicht ohne Grund Alter und ich trust ihn auch nicht ohne Grund weil ja normalerweise mag ich ja Frisure nicht halt ja das ich muss eigentlich auch mal demnächst wieder hin zu ihm solltest du die Folge zufällig gucken Tash kannst du mir ja Bescheid geben ne ansonsten muss ich ihn spontan überfallen ich meine bei mir ist es nicht so viel Arbeit aber ja wird langsam Zeit wobei ich eigentlich letztens überlegt habe ob ich sie mir wieder wachsen lasse Alter was ist denn los heute weiß ich nicht kommt dir das köst du doch nicht gut Alter so jetzt glaube ich okay verträgst du kein Dunkelbier mehr oder was ne doch alles gut aber irgendwie ich habe manchmal so Momente wo ich irgendwie einfach die ganze Zeit so ein Gefühl habe als hätte ich Schleim im Rachen und dann muss ich die ganze Zeit husten wie so ein Berserker Alter mein Vater hat das mit Niesen der niest dann erstmal so richtig Huchio, 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 Huchio Huchio, 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 Huchio ... älter Boah das erinnert mich an dieses Video ist ja etwas älter schon ja da waren so zwei Geschwister bei einer Talkshow glaube ich so ein Mädchen und ein Junge und der Junge hatte hatte irgendwie weiß ich nicht ob das eine Krankheit ist oder so aber er hat die ganze Zeit genießt also immer so paar Sekunden später Huchio und seine Schwester war so geil die hat halt jedes mal mehr und er genießt hat wirklich auch Gesundheit gesagt. Und dann sind sie halt quasi so im Interview und sie redet halt so bla bla bla. Er redet halt darüber, wie das halt so ist. Und er niest und seine Schwester immer so, bless you. Und dann so bla 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 bla. Bless you. Und die echt immer, wo ich mir denke, komm, mittlerweile müsstest du ja ein Abo darauf haben. Du brauchst nur einmal im Monat bless you sagen und dann ist es gut. It's fine. Ja. Jetzt ist nicht? Nö. Ich hab auch sowas ähnliches mal gesehen von so einem Typen, der die ganze Zeit Schluckauf hatte. Boah, das muss schlimm sein, ey. Schluckauf ist Taddle. Ja, und sonst noch? Neuigkeiten? Oh, nix gut. Kann man irgendwas Nices zu erzählen? Oh fuck, ich vergesse immer, dass er den Grab nach dem Fliegen macht. Boah shit, Alter, du bist fast durch. Aber du bist auch deutlich Underlevelt. Und ich glaub, das kriegst du jetzt zu spüren. Und das andere Problem ist, dass wir halt nicht vor ihm gelevelt haben. Ja, und jetzt keinen Platz zum Leveln haben. Oh fuck, oh fuck. Sieht nicht gut aus. Aber ich glaub an dich, mein Freund. Glaubst du ja? Ja, du schließt es hin. Easy, easy. Easy. Ach ja, du bist doch ruhig. Bist du konzentriert. Ja. Verständlich. Wenn dieser Angst ist mit diesem Vogel. Ich hab das Gefühl, der ist nicht wirklich da, um Schaden zu machen. Der ist bloß dafür da, um dich zu sauen. Ist er ja auch. Weil der kommt so langsam und du weißt ganz genau, der Darius ist, dass du halt ausweist. Aber dementsprechend bist du natürlich dann... Alter. Geht der mir auf den Sack grad? Da, wo er dich vielleicht haben will. Ja, ja. Ey, Digga. Ey, Digga? Ey. Boah, mir fällt was ein. Ich weiß aber nicht, ob ich sie jetzt zeige oder nachher. Oh, fuck. Ich glaube, ich zeig's dir jetzt. Ich glaube, während du campst, schau dich ist, okay? Das heißt, du musst kurz mal carry. Boys and girls, ladies and gentlemen, this is carrying. What? Oh, I got shot in the back. You dead? No. Ich hab's mir extra aufgehoben, für heute. Ich hab mir erst mal sagen, ob du's kennst. Und vielleicht kennst du's ja schon, dann wird es nicht mehr so spannend sein. Aber kennst du Root Beer? Äh, ja. Hast du schon mal getrunken? Nee. Du hast noch nie Root Beer getrunken? Perfekt. Weil dann werden wir das nämlich gleich hier in der Folge machen. Oder in der nächsten, je nachdem, wie konzentriert Chris ist. Aber, ich hab hier eine Dose Root Beer. Die hab ich mir letztens zum Football gucken geholt. Dachte, komm, könntest du mal irgendwas Amerikanisches? Und ich geh mal davon aus, dass es so irgend so ein typical American Stuff ist. Ich dachte, der wird schon irgendwie lecker schmecken, ne? Schon von einigen gehört, dass sie's sogar mögen. Und da hab ich mir das gegönnt. Und du hast es geschafft. Oh, Boi! Ja, Das ist noch Euro für mich. Aber dann, ihr wisst ja, wahrscheinlich kommt jetzt die Leserei, war? Einfach ein bisschen T-Baggen hier. Hä? Der ist auch nicht tot, aber er war ein Böser, dachte ich. Ja, aber William tötet ja nicht Menschen. Er tötet doch nur Dings. Good point. Was war denn das, Alter? Holy shit. Am besten wäre es, wenn so ein Kopf durchkommt, so mit so japanisch, weißt du, so mit langen Haaren und so und dann so Stop. Nicht schlecht. Ihr habt nichts gegen mich. Aber er sieht auch swaggy aus. Lebt wohl. Lebt wohl. Er sieht auch voll swaggy aus. Seine Homies fliegen auch. Okay, was ist das? Er ist ein Mensch, aber warum hat er Flügel? Er ist, weil er sein Geist das macht. Er ist halt so ein halben Ninja. Er macht so Ninja-Jub-Jub. Okay. Was geht hier? Ach, das ist von uns einer, war? Ich glaube, ja. So wie zum Thema, er tötet keine Menschen? Er tötet keine wichtigen Hauptcharaktere. Oh! Alles klar. Warum bist du hier, Gene? Diese Burg wird fallen. Flieh, solange du noch kannst. Was redest du da? Wenn die Burg fällt, werde ich auch fallen. Ich bin bereit zu sterben. Woraus wartest du noch? Nimm den Fluch weg und verschwinde von hier. Gelull. Heute wirst du nicht mit mir, äh, mit mir zur Hölle fahren, anziehen, sondern sie. Oh, shit. Oh! Er wird Deus Ex Machina abgesperrt, oder? Ah, great. Na jetzt, tötet den fremdlichen, äh, fremdländischen Magier. Boy. Racist. Es, es ist deine Last, nicht die von Fürst jetzt. Oh, hier ist ein Phoenix, Mann. Lul. Phoenix Dance. Ist ja mega fair, wenn er jetzt zum vollen Stern wurde. Pass auf, pass auf, weißt du, was er jetzt macht? Er legt gleich sein Schwert weg und dann geht der Phoenix Dance und dann geht er jetzt, oh dir. Und er so, kiiiihihi. Achso, jetzt teilt er seine, naja, ich wusste die letzte Nacht in der Burg Fischimi würde der endgültige Abschied von meinem Herrn sein. Aha. Seit meiner Jugend kämpfte ich an der Seite gegen viele, an seiner Seite gegen viele gerissene Feinde, die Imagawa, die Taka, Takeda, Jesus, ich hab Japanese Names, was reicht, du müssen mit mir. Ey, Moment, ich wollte gerade noch ein Teer eingießen. Okay? Ich werde von der anderen Seite über den Frieden meines Herrens machen. RIP! Swaggedy, Swaggedy, ich muss gleich sagen, es ist kalt hier drinnen. Echt? Ich mach da frei zu haben. Ich wollte dich vorhin vertragen, muss ich vergessen. Oh ja. Ja, ich merk's halt an den Fußspüssen. Noch eiskalt den Geist abgecheckt, bevor er gestorben ist, so. Yo, kannst du mir kurz den Geist zeigen? Es ist doch immer so, der da besessen, er macht doch immer Geistteilung, wenn die... Ja, genau. Ja, genau, genau. Ich mach mal nebenbei... Ich hoffe, ich muss nicht lesen. Also, jetzt musst du den Storyteller machen. Storyteller! Es war mein Adam. Er lehnte sich über die Couch, um den Regler für die Heizung zu finden. Und er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. So gut Mezenaria vorbereitet war, er hätte nie erwartet, welche Schwierigkeiten ihm die Burg Fushimi bereiten würde. Dank Tori Motodadas? Das... Motodadas, ja. Motodadas Opfer wurde Mitsu Naris Streitkräfte abgewehrt, was uns in der nächsten Schlacht einen Vorteil verschafft. Nice. Ich vermute, Futsi Yatsu wusste von Anfang an, dass sich die Angelegenheiten so entwickeln würde. He has magical side. Alright. Selbst Schwert sind eins wurde im Dojo hinzugefügt. So, Bro. Ja? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaub, du musst ein bisschen leveln. Ich muss ja hier. Sobald musst du sidequests machen. Stahl auf Stahl wurde im Dojo hinzugefügt. Kampf der Sicheln wurde im Dojo hinzugefügt. Whatever the fuck you talking about, what the fuck? Na, Dojo's ist hier, Alter. Ja, aber wir sind schon fast am Ende des Spiels und die... Achso, das sind Kurse, oder was? Ja. Stahl auf Stahl, Alter. Klingt nicht geil wie ein Namen von einem Gaber, Alter. Sollte ich mal eine öffnen, dann nenn ich sie Stahl auf Stahl. Oha, okay. Da brauchst du eine Meisterschaft in bestimmten Waffen. What the fuck? Meine Kanatana-Meisterschaft unten. Tschüss! Es ist over, what the hell? Es ist over 99.000! Es ist 999.999, wa? Soll ich das einmal einfach probieren? Was? Warte, ich... Missionsstufe ist 100. Warte, ich level noch vorher, bevor ich in die Mission gehe. Ah, irgendeine Nebenquest noch dann. Achso, oder macht... Kann ich hier. Auf jeden Fall, ich mach jetzt dieses Root Beer auf. Ich mach jetzt dieses Root Beer auf, das trinken wir jetzt in der Folge. Aber der erste Schluck gebührt dir, mein Freund. Ist ja so hart, ist das so eklig, ne? Es ist kein Alkohol. Es ist kein Alkohol? Es heißt Root Beer, aber da ist kein Bier drin. Ich hab das Gefühl, das ist irgendein Scheiß für Kinder, damit sie denken, sie sind cool und trinken Bier. Okay. Riech nicht dran. Riech nicht dran? Trink einfach nur. Root Beer, aber kein Bier. Da steht sogar, aber kein Bier. Ja. Okay, warte, ich versuch nicht zu riechen. Nee, aber dann schmeckst du ja nichts. Jetzt hab ich's aber geworfen. Egal, trink jetzt einfach. Es ist Lakritz. No, what? Es ist nicht Lakritz. Was? Nee. Für Minzbonbon schmeckt es. Das ist die, oder Alkoholiktusbonbon. Weißt du, wonach es legit schmeckt? Nee, Kinderzahnpasta. Oder Zahnpasta, ja. Ja. Ohne Scheiße, es schmeckt wie Kinderzahnpasta. Ja, aber es erinnert mich auch an diese Alkoholiktusbonbon, die du kriegst, vom Arzt halt. Hast du noch einen Schluck? Nee, nee, jetzt ist es vorbei. Du kannst es schön allein trinken, Alter. Ey, ohne Witz, das schmeckt einfach wie flüssige Kinderzahnpasta. Ja, das schmeckt so nach, hier steht auf der Rückseite irgendwo, Erfrischungsgetränk mit Mehrfrucht-Malzgeschmack. Mehrfrucht-Malzgeschmack. Mehrfrucht im Sinne von viele Früchte. Ich krieg ne geheime Technik, wenn ich ihn besiege. Also Multivitamin. Und ich denk mir so, noch nie hab ich irgendwas getrunken, wo Multivitamin so künstlich schmeckt. Das soll Multivitamin sein? Ja! What the fuck? Dieses Dojo ist ein Trainingsgelände für Samurai und erfüllt von Blut, Schweiß und den Tränen unzähliger Krieger, die hier ihre Techniken verfeinert haben. Innerhalb seiner Mauern werden seit Generationen die alten Traditionen und Geheimnisse der Samurai weitergegeben. Kann es sein? Kann sein, war ich nicht mehr. Du warst lange nicht mehr da. Auf jeden Fall, meine Ranty weiter. So. Ich muss ihn jetzt besiegen. Ich will ja über niemanden urteilen. Oder sonst irgendwas. Oder jemanden auf den Schlips treten. Aber wer meint, Rootbeer sei lecker, dem ist nicht mehr zu helfen, Alter. Das können nur Kinder mögen. Weil ich weiß, als Kind hätte ich diese Zahnpaste essen können. Ich weiß doch noch, wo du erzählt hattest. Ja, ich hätte sie essen können. Hätte ich das als Kind gehabt, dann würde ich wahrscheinlich deinen Platz noch mit einnehmen. So breit wäre ich dann. Aber Rootbeer, holy shit. Ich meine, riech allein dran. Nee, das habe ich ja. Da war ich schon so verwirrt, Alter. Boah. Und dann habe ich mir so, da haben wir uns Burger gemacht. Wir haben uns noch schon Burger gemacht. bei NFL geguckt. Haben gesagt, komm, wir machen uns so einen American-Themed-Abend mit Burger und irgendwie American-Suff. Und dann habe ich mir diese Rootbeer geholt und dann habe ich halt diesen Burger gegessen und nachspielen musste ich mit dieser Grütze, Alter. Weißt du, was für eine Enttäuschung das war? Boah. Schmeckt absolut künstlich, ey. Das ist krank. Vielleicht liegt es daran, dass es eine... Und das... Es gab ja zwei. Also ich habe es ja in Kaufner gekauft. Da gab es zwei. Einmal das und eins war noch richtig so Amerika! Also so mit... Fuck yeah! Mit Amerika, amerikanischer Flagge und so. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe das genommen, weil mir das vom Design besser gefiel und ich habe das öfter schon gesehen. Dann dachte ich, oh, das wird schon wahrscheinlich das Bessere sein. Es ist so abartig, ich traue mich nicht mehr, das andere zu testen, weil es wahrscheinlich genau gleich sein wird, aber... Ey, schreibt gerne in die Comments, vielleicht habe ich einfach tatsächlich irgendeine Grütze gefunden, die sich Root Beer schimpft, aber einfach nur kacke schmeckt und vielleicht ist Root Beer eigentlich mega lecker. Wenn ihr irgendeine Marke kennt, die mega gut ist, äh, ich habe hier Thames Root Beer. Das ist so... Hat so... So ein Holz... So ein... So eine Holz-Textur auf der Dose und oben sieht es aus, als würde der Schaum so... Oh, ich bin tot. So, das ist das, was ich hier jetzt getrunken habe mit Chris und das ist Widerlon. Widerlon ist noch nett ausgedrückt. Also ich glaube, das ist wirklich für Kinder. Ja, ja, würde es auch sein. Die... Ey, als Kind würde ich das total abfeiern, vermute ich. Aber... I don't fucking know, Alter. Haben wir jetzt echt fünf Minuten über Root Beer getrenntet? Während ich halt das Dojo gemacht habe. Jetzt habe ich halt eine... Für Katana... Guck mal, das ist ja... Das schmeckt scheiße, also das Root Beer schmeckt scheiße in meinen Augen und Köstetiza schmeckt übergeil. Wäre ich jetzt 10, würde ich wahrscheinlich sagen, Root Beer schmeckt mega geil und Köstetiza ist... Was ist das? Tja. Was ist das? Das Erwachsenwerden, nennt man das? Ja, aber es kann doch nicht sein, dass deine Geschmäcker sich so ändern. Das ist doch genauso mit Kaffee. Kinder trinken auch keinen Kaffee gerne, aber viele Erwachsene trinken halt Kaffee. Ja, aber wie kann es sein, dass deine Geschmäcker so anders auf Sachen reagieren? Eine neue mystische Kunst Katana wurde freigeschaltet. Ich glaube einfach, es ist die Tatsache, dass man irgendwann mal Sachen nicht mehr konsumiert, nur vom Geschmack her, sondern auch, was für eine Wirkung sie haben. Und dementsprechend wird dein Geschmack irgendwie angepasst. Das heißt, früher als Kind hast du keinen Kaffee getrunken, weil er scheiße schmeckt. Aber du brauchst es diesen Effekt von Kaffee halt nicht. Jetzt, wo man arbeitet und so, brauchst du natürlich den Schreck. Ich trinke auch keinen Kaffee. Ja, ich trinke auch keinen Kaffee, aber manchmal, wenn ich halt so einen Kaffee trinke, denke ich so, aber wenn ich jetzt jeden Morgen so einen Kaffee trinken würde, kann ich mir vorstellen, es ist wie bei Mate. Hat am Anfang richtig scheiße geschmeckt und jetzt trinke ich halt jeden Morgen eine Mate und es schmeckt halt in meinen Augen jetzt gut. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir unsere Geschmäcker halt so anpassen, auch nicht nur nach Geschmack allein, sondern auch Effektivität und wie es halt auf uns wirkt dann. Und dementsprechend schmeckt uns halt Bier, weil wir die ganze Zeit Bier trinken, weil wir auch wissen, was für einen nice Effekt ist. Das sage ich ja auch immer zu Leonsky, kennst du ja, der trinkt ja auch kein Bier. Und ich meine einfach, du musst einfach mal Bier trinken und nicht dran nippen die ganze Zeit, bis es warm wird und öklig wird. Du musst es trinken halt. Du musst dich darauf einlassen. Und dann sind unsere Geschmacksknospen quasi Mater, wurden halt so durchgenommen, dass sie nur noch so widerlichen Scheiß trinken, aber weil der Effekt geil ist, sagen sie, yeah, it's nice. Dann gaukelt dir dein Körper, dann ist das nice. Also ja, wahrscheinlich gaukelt der Körper auch ein bisschen was vor, aber I really enjoy Bier. Ja, ich auch. Aber Fakt ist, also objektiv gesehen, jetzt aus Sicht, mit den Augen eines Kindes, schmeckt es halt mega scheiße. Ja, natürlich. Aber ich bin halt der Meinung, dass der Körper dir eben das hier dann so vorgeholt hält, dass das halt gut schmeckt, weil er weiß, du verbindest damit so positive Erlebnisse halt. Du weißt so, boah, dieser eine Schuss Alkohol, ein Bier, ist nice. Und dementsprechend ist Ruby halt scheiße, weil es halt komplett aus einer anderen Generation Geschmäcker bei mir ist. Was denn? Aber das musst du gleich lesen, deswegen bis du so tiltest. Das ist eine Nebenmission, lesen wir eine Nebenmission vor? Nein, fuck it. Außerdem ist es eh Zeit, das mal auszuhalten. Okay, wir starten noch die Mission. Also ihr wisst Bescheid, liebe Couchpotatoes, Girls, Ladies, Gentlemen, Boys, or whatever your dance fight is. Es wird wieder Zeit, like, comment, and subscribe und gib doch einfach einen Daumen hoch, weil Adam jetzt gleich das Root beer exen wird. Blah! Komm, hopp und weg, bevor du darfst nicht Folge enden. Ne, ich exe es nicht. Aber wie gesagt, schreibt gerne in die Comments, wenn ihr ein gutes Root beer kennt. Aber... Wie wäre es, wenn du ein Foto davon dann anblendest in der Folge so? Kann ich machen. Damit die Leute das sehen können. Kann ich machen. Also, Freunde, wir sehen uns. Auf der Freie. Bye! Bye!